mw2 bettel mal wieder nach 50 jahren gegen keller auf jeden fall schon mal mit nils gegen keller finden und der maus empfindlichkeit alter so habe ich früher gespielt gut dass ich nur ein zwei runden eben eingespielt habe erst mal eben hinlegen das ist geil okay das kannst du ja super easy machen da muss zwei knife war nach unten und den hast du das alter ich hänge an der tür da war noch händen ja freigeschaltet dann musst du mal ein paar runden spielen damit du zwei level machst habe ich eben getan ein level bin ich schon höher gekommen na guck da kann das sein dass ein ein bisschen lekt oder das ist genau das müsste ich neu runterladen jetzt kannst du mir erklären warum du am spot vorbei läuft und nicht plant ist weil mir darauf nicht geschossen wurde ich war kurz um abgebilden wo alle diese empfindlichkeit kelle jumpt irgendwo in der mitte rum und der linie ist natürlich scheiße ja das habe ich mir auch noch gar nicht drin bei der festen überzeugung die ganze zeit das findet auch noch lebt ja das war nicht der fall oh neil spielt erstmal die one shot sniper das ist eine schöne empfindlichkeit das geht obwohl das ist zu wenig folge 96 sassiniert ist das jetzt hallo hier ist hallo ja ja ein gott voll im slowmo gelang gelaufen bist weil es eben im landwirtschaftsmodulat auch ein paar mal raus geflogen doch wird du weißt was ich dir damit verteckern will ich hoffe er hat es gesehen schadam hallo 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 team frage ist wo sitzen jetzt war der kelle helven nicht reden das ist nicht lust bei denen weiß ich nicht da Grund zum umdrehen oder was? Oder wie? Hallo? Möchtest du keiner reden oder was? Der ist im Hauskeller. Oh Gott, ey. Der war da high concentrated. To the night. Boah, der war rot wie eine Tomate, ey. Alter, Junge. Alter, ich hab hier voll die Diashow. Dein Internet ist ein bisschen abknüppeln. Ah, da hinten sitzt er. Was lieb'n von dir noch? Beide? Der Camper. Der Stern-Loop. Ja, der hat eben die Bombe bekämpft und mich trotzdem nicht gekillt gekriegt, der Bob. Hey. Mr. Premium-Merk. Kette, warum hast du denn noch hier? Warum bist du tot? Was ist das für'n Grund für deinen Tod? Und keinen Kill. Scheiße. Alter. Da war die Maus-Empfindlichkeit nicht, äh... Lucky header. Ich muss grad sagen, ich hab voll auf die Verbindung unterbrochen. Das ist ein bisschen kostenlos. Kauf dir besseres Internet. Er geht noch bald. Oh shit. Vielleicht wird den ersten HG nicht funktionieren. Das Ziel zerstören. Was willst du, Keller? Keine Mutti. Ergi, ist gut, dass du die Bombe mitgenommen hast, wenn ich hier öfter abknippel. Ja, weiß ich. Hab die in MW3 vorhin auch öfter mitgenommen. Ja. Schockierend, aber warm. Bin ich jetzt scheiße, ne? Wenn ich sterbe, dann wissen wird. Fuck. Ah. Ich hab das viel zu lange gespielt. Der war, ah. Ist, glaub ich, grad am Blenden. Nein. Keller sitzt hinten bei sich im Haus, glaub ich. Ich hab ihn zwar nicht gesehen, aber ich schätze das jetzt einfach. Oh. Oh, what the fuck. Liegt nicht so, wie so sein sollte. Oh, da hab ich an der Tür vorbei, an der Treppe vorbeigelaufen. Kelle, wo sitzt du denn schon wieder? Du auch nicht. Das ist sicher im Spawnhaus. Oh, das ist aber grob, Nils. Das ist sehr grob. Tut mir leid, Finn. Geht nicht anders. Okay, das war nicht grob, der war einfach nur, mal wieder, Timing. Boom. Appetitlos, sagst du? Mann, ich muss die ganze Zeit hier rumsliegen, wenn ich irgendjemanden... Ja, ich spiel alleine, Alter. Ja. Problem ist, der Kacknob hat auch noch die Bombe mit. Weil ich die nicht mitgenommen habe. Dumm. Das Ziel verteidigen. Oh, fuck. Das war ich nicht. Bring die Mission zu Ende. Alter, was macht ihr da unten? Gar nichts gemacht. Da ist es, der ist As-Bot. Ah, Billiardtisch. Na, immer noch bei dir? Nein. Nein. Billiardtisch. Ja, häng ich halt fest. Bailout ist bei mir das Terminal B. Der Bailout A ist bei mir das Terminal B. Cool. Kommt noch nicht so recht auf die Mausempfindlichkeit, klar. Na, müssen wir nicht. Time-out. Na. Ach ja. Boah, dann lade ich mal bitte ein. Kackklappen. Äh, zu schwer einladen. Das war noch keine E-Mail. Das heißt, du bist du. Hallo. Was ist los? Oh, meine Hinlegung-Taste wollte schon wieder nicht so, wie sie sollte. Äh, ich bin noch am Nachladen. Moment. Scheiße. Ja, tut mir leid. Ängst muss ja wieder den Van kaputtballern. Boah, der will. Ja, ich hatte vor allen Dingen noch 50 Schuss oder so im Magazin. Captain Competence. Das bist du echt nicht, äh. Den Röniker-Bot schießen? Ja, den Rön. Ist echt so ein Rönier. Ja, ist mein letzter Punkt, um aufzufallen. Holy moly. Step, 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 stepping all around. Hier müssen wir die ganze Zeit ein bisschen reden. Ups. Ah, lang. In the middle of the street. Äh, das ist dumm geworden. Nils. Ah, lang in the middle of the street. Alter, der Klinger. Ne, Nils. Der war behindert. Hm. Okay, du bist es. Das hab ich natürlich verständnis. Du darfst in Anwesenheit, in Medien und Aufnahmen nichts irgendwie. Behindert. Hautfarben. Über Hautfarben reden. Über Religion reden. Wieso tust du das hier? Über Illigranten. Er kann nicht, also nicht sagen, dass ich schwarze Juden verabscheue. Das kannst du nicht sagen, nein. Doch, das darf er sagen. Das ist seine Meinung. Theoretisch gesehen schon, ja. He, weiß keiner. Er beleidigt niemanden damit. He, he. Er stand da. Das ist seine eigene Meinung. Er kann nur... ...dur... ...dunkele heutige... ...dur nicht leiden. Wie MK irgendwas. M5K S2730. OVHD X-Play. Ja, ja. MP5SK SOKUN. Nein, MP5K. Genau. S-SK. Nein, MP5K. Okay, heißt die in Black Ops oder so SK. Es gibt eine SK. Sohn am Milliarden Prozent. Du Black Ops. Oh, neu. Da war ich... ...habe ich mich so gefühlt wie beim... ...McDrive Schalter. Du gehst einfach an mir vorbei. Die hat er irgendwo am Spawn hinten oder so bei sich gezündet. Eventuell unten bei B. Nee, das ist ungünstig. Muss noch, ob ich erst kalt habe. Ich glaube ich auch nicht. Keiner von euch. Gutes Kelly sitzt die E aus. Oh, ich glaube er schießt auf mich. Oh, nein. Da unten Mitte. Er died. Ja. Oder auch nicht. Da habe ich jedenfalls schon geflasht. Er died. Oh, quasi nichts zu sehen. Alter. Das ist noch aus dem Headglitch nicht raus, ey. Wieso sollte ich es auch tun? Ach ja, das Spiel ist auf jeden Fall deutlich geiler als alles andere. Zum Beispiel MB3. Oh ja. Was, MB3? Voll geil, ey. Nein. Das wäre vielleicht geil, wenn man einfach nicht so random Schaden hat. Und die Maps sind scheiße in MB3. Oh ja, teilweise auch echt das. Oh, der hat mich auf mich geschossen. Das habe ich nicht. Oh. Dummweiner. Kelly kämpft hinten bei sich am Spawn in der Ecke. Ist der übrigens nicht weggegangen. Der sitzt ja eventuell immer noch. Aber bei der habe ich glaube ich das kalt. Räki? Wie ist das kalt? Ja. Das hast du. Kleiner. Aufklärungsdrohne online. Oh, was ist das? Ungünstig. Da kam wieder die Flash im richtigen Moment. Ist so gut. Da kam sie dir. Irgendwichtig in die Treppe geflogen. Hörlich. Komm. Das ist natürlich ärgerlich. Ja. The same shit as usual, ne? Das ist ja sogar fast ärgerlich. Oh, ja. Aber nur ein bisschen fast. Nur ein bisschen fast. Nur ein bisschen fast. Genau. Du hast es erkannt. Oh, ich habe Pläge wieder. Tschüss. Oh, ich bin stolz. Da ist ein Polizeiauto. Äh. Hallo. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Der Hallo-Tschies-Effekt. Äh, hallo. Gut, dass ich da gerade vorhin hingeguckt habe. Kalle, Kalle hast ja gar kein Thermal. Kalle hast ja gar kein Thermal auf deinem G, wa? Und wieso? Ach ja. Weil du halt zu wenig Public-Socks hast. Ja. Und es kein Chida mehr gibt. Das ist doch gut, dass es kein Chida gibt. Äh, B-Haus. B-Hood. Okay. Andere. Ja, okay. Äh, hier ist B-Haus unten drin. Äh, quasi da ist einer. Oh, da habe ich den Hunger. Alter! Was hat der denn an Hunger? Alter, wieso hatte ich denn keinen Witt? Das musst du mir jetzt mal erleuchern. Und wieder Verbindung unterbrochen. Und jetzt kauf dir was ins Internet. Bitte. Oh, ja. Oh, ja. Okay, Winn. Halt deine Schlauze. Ja, ist okay. Robi. Hallo, ist Alarm hochgegangen? Oh, Keilow. Nee, denke wir mit Loil. Du hast nur einen Hit bekommen oder so. Ein bisschen recht umgekippt. Ja, weil Nils sind schon ziemlich eingeschossen. Ich habe den hart an genug. Dann ist das verständlich. So, Keilow wird hinten am Spawn sitzen, wa? Äh, gut. Nee, wie oben auf dem Terrasse. Geh aus oben. Nein! Gabin. Boah, Agi, wie viel Hunger. Achso, sowieso wenig. Ist okay. Ich bin auch noch oben. Ja, ja, warte. Loll, ich hab' mit. Na egal. Kauf dir besseren PC-Kelle. Kauf dir besser Geld. Wenn du arbeitest, nicht ich. Ja, und? Such dir Arbeit. Was hab' ich. Heißarbeitsloser. Ne. Geht's zur Schule. Äh. Na, ich auch. Und da würdest du trotz sehen. Ja, und? Merkst du was? Diese eigenen Telle kann man nicht diskutieren. Ne. Obwohl er jetzt ausnahmsweise auch ein bisschen recht hat. Fuck. Ich habe immer recht. Nicht. 2 A sind beide. 2 A sind beide. 2 A sind beide. Step, 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 steppin' all around. Jump, jump. In der Mitte, hinten bei dem am Spawn. Nein. Da, aber außer dem von der Maustaste und weggekommen. Der ist bei sich immer noch am Spawn. Entweder der kommt Mitte. Oder halt hinten. Ne, er ist hier. Dass du nicht geflasht warst. What? Von welcher Flash denn? Dass ich quasi genau da hingelegt hab', wo du standest. So, genau in deine Blickrichtung. Ja, du weißt doch. Das geht hier nicht, ist hier kein CSGO. Ja. Du kannst in der Flash reingucken, musst halt nur 2 Meter davon entfernt stehen. Hast recht. Dafür ist es so, wenn du die Flash nicht anguckst und die landet neben dir, dann bist du blind. Das ist jetzt go nicht so. Alter. Was ist keine? Das klatscht du so? Ah, geil. Das Game macht wenigstens wieder Fun. Dieser Hit-Bereich, wo man trifft und wo man halt nicht trifft. Ja, Gülle, ich hab dir alle ausdrückt, das war genau so. Ja, trö, trö. Äh, ich bin Kelle, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh, ich muss hier mal, äh, Geschenk holen. Wenn Headshot nicht, äh, zählt, dann zählt halt das ganze Spiel. Oh, okay, die fliegen nicht so wie in MW3 und CSGO. Nicht so weit, sagst du. Hier gibt's doch sogar noch einen extra Perk dafür, oder? Dann hier gibt's das Perk, was mehr bei, mehr Schaden bei Explosionen macht. Gibt's denn hier auch noch? Oh, das Spiel sagt sich Hit-Bereich nicht existent. Ich bin drauf, aber nicht. Hat er auf mich geschossen? Ich hatte auf A geschossen. Nicht du. Er hat zumindest versucht getroffen, hat er nicht. Aber er hat's versucht. Oder er hat sich so'n genutzt, ob die bei mir eingeschlagen wären. Hier hab ich wenigstens Chance, die Gegner zu killen, weil ich hier nicht zwei Magazine brauch und nicht mit einem sterbe. Weil's hier einfach fair ist und nicht random. Ja, aber ich hab halt keine Chance, killzumachen, weil irgendwie... Weil du hier nicht mit zwei Schüssen töten kannst. Das ist wie in CSGO. Hä? Lol? Wo das denn hier? Kelle sitzt im A-Haus unten oder oben, das weiß ich nicht. Also, nee, hinten bei dem im Gym da. Ja, unter deinem Dings ist ein Plätzchen frei. Unter dem Bus, unter dem Renni, unter dem LKW. Oder er sitzt im brennenden Haus, das kann auch sein. Äh, der Gym ist da drin in der Haus. Das nur... Nein, der Gym ist, äh, das große Gebäude. Nice, Kelle. Ja, Kelle, hier ist einfach Skogenstruck und ich lag. Hat er da immer noch gesessen, natürlich. Na, das ist so traurig, der Junge. Es tut nicht weh, es tut nicht weh. Das, Kelle, hier ist Skogenstruck und ich lag. Die UMP ist wie die Glock 18 in CSGO. Es tut nicht weh. Und Aggie sagt, die schlucken nicht. Natürlich. Wahrscheinlich. Schluck, 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 die schluck, schluck. Und jetzt hat ein Disco. Echt? Ah, der ist auf der Stelle gelaufen. Nice. Boah, ich wollte schon sagen, ey. Da hat meine Waffe leider nach oben gezogen. Ja. Oh, Marik. Zu meinem Internet. Robo. Der Schrei. Zu göttlich. Versuchen und zerstören. Ah. Ach ja. Der ist ne Floppe. Geil, zu mal kaufen werden. Oh. Einer ist hin, an dem, der an Sporn noch. Richtung B-Seite gelaufen. Geile Ping, Nils. Einer von denen ist mindestens bei B. Also da B lang. Ja, ich weiß nicht. Dann, wenn die Fläscher nicht flaschen. Du bist auf dich allein gestellten. Oh, fuck, 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 fuck. Ich kann greifen nicht. Ah, da wollte er sich nicht hinlegen. Und ich bin gegen ne Laterne gelaufen. Ich bin gegen ne Laterne gelaufen. Boom. Laterne. Seitenwechsel. Boah, Finn ist auch wieder richtig gut heute, ey. In der Tat. Was ist da denn da? User joined your channel. Buddy joined your channel. So, nächster Versuch. Irgendwo am Sporn. Oh, da ist er. Appetit, Appetit. Ich bin alter von Eiger. Alter. Alter, Eiger. Ja, jetzt siehst du ja, wie hart du mich getroffen hast, Kelly. Ich bin fast gestorben, ey. Best game ever. Best game ever. Vielleicht deinstalliert. Ganze Meer. So ein Scheiß. Ich bin Calvin. Ich hab kein Skill. Und das sieht man in dem Spielen. Mann, hier, jetzt kann ich dich jetzt mal anstrengen. Null Punkte. Ha. Sorry. Mach's ja fast in Kelle. In CSGO. Oh, da wollte ich mich ja nicht hingelegt, aber... Da wollte die Waffe... Premium Aim. Äh, die hat nicht so ganz, äh, gehittet, wie soll. Ja, die Waffe. Ja, ist Premium Aim, Kelle. Ich weiß, ich hab'n Kack-Aim. Dein Premium, äh, dein Aim ist echt Premium. Hat man in der letzten Runde gesehen, aber dein Aim ist Premium. Weiß, ich weiß. Du bist der King. Ja, ja, ist okay. Danke. Du hast es war krank. Ja, 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 ja. Ja, das ist halt reiner Skill. Jo. Calvin, du bist eingebildet. War das ohne Grund? Einbildung ist auch ne Bildung. Ja. Nur weil du keine andere Bildung hast. Doch. Sag denn jetzt. Ja. Ja, vielleicht dümmste Anwesend im TS. Ja, glaub ich nicht. Das war jetzt ganz ruhig. Oh. Wie war das, Kelle mit dem Aiming? Ah, halt die Fresse. Ah, jetzt soll ich die Fresse halten, wa? Ja. Ja. Kann ich immer tun. Ist schöner. Ah, guck mal, dann ist, der, der, der ist ja mal auf Skill angewiesen und schon wieder schlecht. Ja. Ja, auf Skill wäre ich tatsächlich angewiesen. Ja. Das stimmt. Den du nicht hast. Hm. Finan. Bitte. Ja, ich bin grad ziemlich abgelenkt. Ja, guck dir Nils an, Alter. Den muss ich viel mehr mitschleifen. Da hast du ja noch, also, drei Clips gemacht, ne? Da hab ich gedacht, oh, kann doch etwas werden mit dir. Machst du weiter verloren. Jetzt, jetzt ist wieder Finan schuld. Das übliche, weil Kelle ist immer ja wer anders schuld. Du weißt, dass du bei MV2 nichts von mir erwarten kannst. Ja, ich hab aber hoffen, wie du angefangen hast. Scheiße, da wurde ich geneigt. Oh, und jetzt hat ein Disco. Wup, 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 wup. Oh, der Disco ist in der Mitte rum. Alter, hört ihr mich? Ja. Bin ich Roboter? Nein. Nö. Gut, ich hab quasi nix gesehen. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Er läuft vorweg durch die Welt. Mann, das ist scheiße, Alter. Ey, du musst jetzt dich ein bisschen anstrengen. Weide, Mitte. Ja, hab ich gesehen. Du konntest auch nicht schießen, weil wegen Ping, ne? Holy shit, bin ich geflasht. Na, Eggie und ich haben uns alle ein bisschen gegenseitig blockiert. What? Fuck, hast du mich gestuckt? Warum haben wir uns gegenseitig blockiert? Ich war doch schon gar nicht mit Halt. Wir waren ja beide. Oh, das ist jetzt schlecht. Oh, boah, der. Hallo, Eggie. Moinsen. Hallo, Eggie. Moinsen. Vielen Dank. ich komme da nicht reingelaufen das musst du gar nicht versuchen woran ist okay zu mir sagen ich wäre der dummste anwesende mts hallo ja gut ich dachte man ich bin hochkonzentriert bei A oder bei B und für den Wesen das Wetter bei euch selber noch nicht ach so ziemlich dunkel bei dir was geht so ab auch ziemlich dunkel ja und sonst so alles fresh das ist fresh in the hood nice jawohl Hedda 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 ja ich hab dir auch nur Hedda gegeben weil anders hallo ist die FHL ja die macht mehr schaden alter 4 alter 4 alter 4 alter 4 geht nicht schade ja ich bin Nils ich hab große Fresse und ich kann gar nix 2 zu 3 in der Elbe ist richtig scheiße dafür dass ich nachgejoint bin hatte ich immer dafür ja dafür dass du behindert bist tut es mir leid für deinen Eltern ja kennt ihr noch ne Runde Ja gleich sie kann sein